Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kaiserstuhl und Schwarzwald Special hier bei FlitzUp TV. Vier Top-Angebote mit Eigenanreise haben wir heute für Sie im Programm. Hier rechts unter dem Videoplayer finden Sie Flüge, Mietwagen, Freizeitangebote und weitere Inklusivleistungen wie zum Beispiel die Konos Gästekarte. Ja und wir beginnen im Herzen des Kaiserstuhls in Vogtsburg, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Freiburg im Breisgau. Hier bieten wir Ihnen fünf Übernachtungen in Patrizias Haus in Komfortferienwohnungen für zwei Personen schon ab 260 Euro. Und die Lage ist hier natürlich ideal, absolut ruhig mit Blick auf die Weinberge, nahe der Thermalbäder und des Burgheimer Badesees. Die Wohnungen in dem neu erbauten Haus sind gemütlich, komplett ausgestattet und haben Balkon oder Terrasse. Hinter dem Haus befindet sich ein Garten mit Liegewiese, Spielplatz und Grillmöglichkeit. Am besten rufen Sie uns gleich an oder Sie schauen hier auf der eingeblendeten Homepage vorbei. Vom traumhaften Kaiserstuhl geht es jetzt in die einmalige Landschaft rund um den Titisee in den Schwarzwald. Beim Vermietungsservice Van Noppen können Sie fünf Übernachtungen in fünf Sterne Ferienwohnungen mit gehobene Ausstattung für zwei Personen schon ab 355 Euro buchen. Genießen Sie das milde Klima, nutzen Sie die vielfältigen Angebote für Aktivurlauber, Gesundheitsbewusste und Ruhesuchende. Die Wohnungen sind nur wenige Minuten von der Seepromenade und dem Titisee entfernt, verfügen über Balkon oder Terrasse und bieten Ihnen alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub brauchen. Hier im Internet finden Sie weitere Informationen oder rufen Sie uns einfach an. Sie wollen hoch hinaus? Mitten im Naturpark Südschwarzwald am Fuße des Feldberges, nur 20 Minuten vom Titisee entfernt, bieten wir Ihnen vier Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension schon für 256 Euro pro Person. Im Hotel und Gasthaus Hirschen erwarten Sie moderne Zimmer, teilweise mit Balkon, eine gemütliche Gaststube mit badischen Spezialitäten und der romantische Biergarten. Und um Ihren Urlaub so perfekt wie möglich zu machen, erhalten Sie gratis die Hochschwarzwaldcard inklusive Skipass, Bergbahnen, Bootsfahrten auf dem Tetisee und Eintritt in das Badeparadies. Auf der Homepage finden Sie weitere günstige Pauschalen und gerne helfen wir Ihnen natürlich bei allen Fragen weiter. Nur eine Stunde von Zürich entfernt finden Sie Ruhe, Entspannung und Erholung in der unberührten Natur des Südschwarzwaldes. Genießen Sie hier im Landgasthaus und Hotel Engel den herrlichen Ausblick bis weit in die Schweizer Alpenkette. Atmen Sie die gesunde Höhenluft, wandern Sie durch die traumhafte Landschaft und lassen Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag mit Schwarzwälder Spezialitäten verwöhnen. Die naturreinen Produkte stammen aus eigener Landwirtschaft. Sieben Nächte können Sie pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension und weiteren Inklusivleistungen schon ab 309 Euro buchen. Weitere Informationen finden Sie auch gleich hier im Internet oder rufen Sie uns gerne an. Liebe Zuschauer, das waren die Top-Angebote für den Kaiserstuhl und den Schwarzwald. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub.